Viel Spass bei unserem nächsten Sketch, die Radl-Tour. Meine Anne, was ist denn los? Auf die Luft habe ich keiner mehr. Im Raufen? Der ist auch noch? Ja, ich kann nicht schauen, worin du fährst. Was kann denn ich dafür? Das hat dir genau so passieren können. Das kann ich nicht, was sein muss. Das passt gut, ich und ich schon Hunger. Hast du schon Bier? Nein, kein Multivitaminsaft. Den kannst du noch mal schirrsalmen saufen. Noch ein bisschen freundlicher kannst du schon sein. Und ich hab's gesehen. Ja, wasch. Mega Zauernzämmel. Ja, wer, lass dich mal abbeissen. Du, Rolfgang? Nein, nachher, wenn der Raufen mit der Luft hat. Aua! Jetzt habt mich schon wieder einer gestochen. Oh, 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 oh! Ja, ich hab's in der Natur gleich. Ich meine, hab ich da das Ventil ausgerissen, ich schau. Nein, Frau, wo den Raufen sind? Ja, herr, er braucht mich nicht. Du meinst mit dem Raufen! Kuck... Scheiß, Scheiß. Schau, schau, schau! Gäst du? Die Hörter der Buschchock! Schach!